sind da oh sehr schön hier ist direkt auch noch so ja juhu okay das ist klar wie man hier hoch kommt das glitzert hier so schön ist das schon dass die geschichte erst mal gehe ich den turm ganz hoch na scheiße jetzt sind die dinger hierzu wirklich doch dann halt hier ah ok ich sehe es schon nice okay die musik habe ich gerade falsch gemacht aber musik war noch nie meine stärke das sollte so sein war mir zu nervig zu lange zu warten mehr thürer okay san nikolaus edensplitter 34a der starb okay das schwert john dark achso john dark wurde verbrannt genau was für team brachte es nach tango sein nicht mehr kontrollieren revolution ok und weiter cool haben wir schon datei freigegeben na dann zeigt mal was ist denn das ja wieder ein kurzer ausschnitt wie immer nichts besonderes so wo müssen wir denn für dieses ding hin ach das ist direkt da oben drüber okay das ist dann wahrscheinlich letztendlich müssen wir hier rein oder so die letzte kiste ist oben auf dem dach oder auf der anderen seite unten auf dem boden ich bezweifle dass sie oben auf dem dach sein wird nein da unten und plündern üblich ja ja folgt einfach dieser straße und ihr kommt zu dem kloster wo er obdach sucht wartet bevor ihr aufbrecht nehmt dies benutzt es um eine ablenkung zu kreieren mein dank okay was sollen wir benutzen es ist wieder tag inzwischen was haben wir denn bekommen rauchbomben geil ich würde nur sagen die probieren wir gleich mal aus die rauchbomben da da sind sie ja okay alles klar es gibt versteckte wachen zack der ist gar nicht weit gekommen hier ja jetzt werde ich sehen wer recht hatte wo ist jaco ich habe wohl nichts mehr zu befürchten sie treffen sich im schatten der römischen götter alle angst sei dir genommen requiesca den patsche die schlucken aber nicht viel sind alles ziemliche schwächlinge aber woher ein treffer und die das halbe leben von denen ist weg pfff ich wie ich die abmetze ey so nächster yeah oh eigentlich wollte ich die nur abstechen nicht die alle ich eliminiere hier noch alle waffen wachen bevor ich gehe so draußen sind noch welche ich kenne ihn ich kenne ihn zack daneben ihn erstmal abgemetzelt ey spasti ich das liebe verdammt 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 oh ja richtig in die kehle aufgeschlitzt stinkn am mongo ja verdrück dich mal das hätten wir auch synchronisiert wo liegt denn noch was an hier wo haben wir denn noch was in der stadt gibt es da noch was anderes das assassinen grab würde ich sagen mache ich das weil es auf dem weg liegt und zu guter letzt das assassinen grab und danach dann den letzten dann weiß ich endgültig wo er sich befindet ein glück steht da ein pferd das schnappe ich mir gleich ist der weg nicht ganz so weit kann man hier eigentlich auch die alternative kamera ne schade ohne baumschule jetzt bin ich gerade am schatz vorbei ja eigentlich wollte ich mir den noch holen oh bin ich durch euch durchgeretten oh was jetzt ach scheiße du bist schön alter zack verrecke alles klar ganz und da bin ich wieder oh der steckt erstmal den kopf in den boden so und wenn ich richtig gesehen habe ist da oben gerade ein dieb unterwegs mal sehen ob wir den kriegen können ja welche brüder du bist ganz alleine oh na sind wir ein bisschen tot alter alter bleib weg du mörder ach scheiße oh gottes willen so alter ernsthaft alter so ein wichser schubst er mich da runter kriegt er erstmal zwei klingen hier ins auge double kill nice oh ja 12.000 haben wir das ist geil der fürst der finsternis also ich oh sehr schön da unten ist wieder so ein ah lass mich bitte leben kann ich den nicht assassinieren von hier oben ich sehe zu dass ich abhau ach gottchen jetzt spring da doch nicht ich bin sehr 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 der wohl hier geht nirgendwo hin abzuge pizeli 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 Jawoll, Bekanntheitsgrad ist fast wieder auf 0 Mörder, oh mein Gott Oh, ich bin gerade durch den Durch da hochgelaufen Eine Feder, meine Feder Die hole ich mir doch glatt Wenn es mir möglich ist Oh, scheiße Musik, oh nee Ach, nee So, was liegt an, Alter Ja, tut mir leid Gute Nachrichten Sagt mir, wo er ist, dann werde ich mich um ihn kümmern Das ist das Problem Lorenzo ließ ihn schon vor Tagen festnehmen, als es aus Konstantinopel überstellt wurde Okay Doch er konnte fliehen Wir glauben, dass er sich in San Gimignano befindet Va bene Mal sehen, ob ich ihn festnageln kann Mhm, nagel ihn Ich würde mit Erfolg rechnen, wenn wir alle ersagt haben Ich habe andere Möglichkeiten Ja, wir sind einfach besser Ne? Bernardo Bernardo Bar Baroncelli Baroncelli Weiß ich nicht Egal, wir können ihn ja mit Hilfe von Dem Adelauge finden Hoffentlich Ah, wird schon passen Oh, cool Wollte ich eigentlich nicht bestehlen, aber Wenn schon, dann schon Ne Oh, eine Schatztruhe Der ist wahrscheinlich auf dem großen Marktplatz Der eine zappelt noch am Boden rum Alter Fresse halten Was ist das? Alles klar Danke Da ist er So, komm her Hihi Haha, wie geil ist das denn Das war ein nicer Kill Da ist er Da ist er Ich liebe diesen schnellen Keine Chance hat er Und die nächsten Kommt her Na Scheiße Wenn ich schon mal dabei bin Das ist so übel Mit zwei Klängen gleich in den Schädel rein Komm raus zum Spielen Denkt auch ein bisschen zweideutig Aber ich denke sowieso immer zweideutig Also wieso nicht Und Ja Ich würde sagen Ups Ich gucke nochmal beim Assassinen Grab vorbei Ob ich da nicht was finden kann Aber der Kill war geil Der Kill war richtig geil da Ich liebe dich Ich liebe dich Ich liebe dich